Vielleicht wünschst du dir eine natürliche Geburt, vielleicht eine Geburt im Geburtshaus oder eine Hausgeburt vielleicht auch und fragst dich, wie ist es denn, wenn alles anders kommen sollte, wenn es vielleicht doch zu einer Bauchgeburt kommt, was du dir gar nicht vorgestellt hast zuvor und da kann dieses Video dir richtig gut zur Seite stehen und helfen. Ich habe heute Ute bei mir im Interview zu Gast und ich freue mich sehr, dass sie hier mit uns über ihre Geburtserfahrung spricht, die begonnen hat als Geburtshausgeburt, als wunderschöne Geburtshausgeburt und dann ja letztendlich in einer Bauchgeburt geendet hat. Ute ist damit ganz, ganz toll umgegangen. Sie sagt, sie hat dennoch eine Traumgeburt erlebt und ich glaube, du kannst dir ganz, ganz viel aus diesem Geburtsbericht mitnehmen, wenn du vielleicht gerade selber schwanger bist und dir eine natürliche Geburt eigentlich wünschst, aber auch offen sein möchtest für alles, was da kommen mag. Denn wir haben eben nicht alles im Griff bei einer Geburt, wir können nicht alles selbst entscheiden, sondern manchmal gibt es auch Wege, die eine Geburt einschlägt, die man vielleicht sich selbst für sich so nicht erhofft hat und trotzdem kann man sie positiv erleben. Genau darum geht es in diesem Video also und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuschauen und viele neue, gute Erkenntnisse für dich. Liebe Ute, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir im Podcast zu Gast bist. Wir kennen uns ja schon ein Weilchen. Wir haben uns noch nie wirklich privat getroffen, also wir sind uns noch nie wirklich begegnet, aber ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon total gut. Ja. Und heute wollen wir über deine Geburt sprechen und ich freue mich total, dass du darüber reden möchtest. Ja, schön. Also ich freue mich auch total, hier zu sein und das Witzige ist, wir haben ja den letzten Podcast vor ein paar Jahren aufgenommen und das war aber genau der gleiche Tag. Ach echt? Ja, das war so witzig, als ich den Terminvorschlag von euch bekommen habe. Dann dachte ich mir so, ah ja, das ist gut. Aber wir haben nur diesen einen Termin am Jahr. Ja. Genau. Nee, lustig. Genau, ich war nämlich auch bei dir im Podcast, du hast nämlich auch einen. Vielleicht magst du kurz erzählen, was das für einer ist, damit alle mitkommen, worüber wir gerade reden. Ja, ich war bei dir. Du warst noch nicht bei uns, aber wir hätten dich natürlich total gerne machen. Nee, wir haben darüber gesprochen. Ach, guck. Siehste, ich habe es total falsch abgespeichert. Stimmt, wir haben über Haare geredet. Genau. Ja, es geht um Haare in meinem Podcast. Ja, genau. Genau, und du hast auch einen Podcast, deswegen konnte ich es auch verwechseln. Ja. Genau, also mein Podcast heißt Haarweisheiten, genauso wie das kleine Startup, das ich mit einer Freundin gemeinsam seit 2019 führe. Und da geht es um ganzheitliche Körperpflege, möglichst natürlich, genau, um Haare und Haut. Wie kann ich die auf schonendste Art und Weise pflegen. Und genau, da haben wir uns über Babypflege, Baby- und Kinderpflege damals unterhalten. Ja, genau, und heute wollen wir über die Babys selbst sprechen, nämlich über die Geburt deines Sohnes. Und ich bin, ja, ich weiß ja schon natürlich einiges und du hast auch so ein ganz schönes Feedback dargelassen, was bei mir auch auf der Website ist, wo es so ganz komprimiert, wo du ganz komprimiert über die Geburt gesprochen hast. Und jetzt freue ich mich sehr, dass du ein bisschen ausführlicher berichtest, wie das so für dich war. Ja, ich freue mich auch, weil es ist ja jetzt schon ziemlich lange her, über vier Jahre. Und es ist so verrückt irgendwie, wie man so mit der Zeit irgendwie einfach immer wieder ja auch reflektiert, die Geburt und so und was da so alles nicht, also hochkommt ist das falsche Wort, sondern wie man einfach, ja, sich da immer wieder auch Gedanken drüber macht oder so reintaucht auch irgendwie. Ich habe auch den, also ich weiß gar nicht, soll ich einfach anfangen, weil ich habe den Geburtsbericht nämlich auch da und den habe ich auch immer wieder gelesen und so und das ist so, ja, immer wieder irgendwie schön, ja. Was man ja eigentlich, wenn man so rein die Fakten so von außen sieht, vielleicht gar nicht denken würde, dass es für dich schön ist, das wieder zu lesen. Vielleicht magst du damit mal beginnen, was deine Vorstellung von Geburt war zuvor, vor der Geburt. Ja, also ich bin schwanger geworden, da war ich in Nicaragua, habe ich da gelebt und da ist es so, dass, also sind jetzt meine Fakten. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber ich habe damals gehört, dass in Nicaragua die Kaiserschnittrate bei 80 Prozent liegt und ich kenne, glaube ich, auch keine Frau persönlich, die natürlich geboren hat dort. Und da war für mich irgendwie so, nein, das will ich nicht, so ich will nach Deutschland. Das war ziemlich schnell klar und ich habe auch ja, bin dann über eine Freundin ganz am Anfang schon über dich gestolpert sozusagen und über deinen Podcast, der damals noch echt, also ein paar Folgen irgendwie hatte, vielleicht 20 oder 30 so. Drei Jahre ist der jetzt, ne? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, der ist älter. Dein Podcast, oder? Das ist auf jeden Fall 300 Folgen. Hast du nicht dreijähriges? Ah, 300 Folgen, ja, okay. Ja, ja. Das ist schon länger. Genau. Aber trotzdem waren es nicht so viele Folgen. Es waren noch nicht so viele Folgen, auf jeden Fall, ja. Ja, und dann wurde das für mich eigentlich immer klarer, okay, ich will ins Geburtshaus, bei uns hier ums Eck. Das ist so eine Dreiviertelstunde von meinem Zuhause dann entfernt. Wir sind dann echt in der 34. Woche nach Deutschland gekommen und haben uns da hier so ein Nest aufgebaut bei meinen Eltern im Haus. Da bin ich jetzt auch wieder. Ist auch witzig. Ja, und ja, dann habe ich hier also mich aufs Geburtshaus eigentlich eingegroovt. Also das war für mich so klar, ich gehe dann ins Geburtshaus und kriege da mein Kind und komme dann abends wieder heim oder halt dann halt ein paar Stunden danach und werde da so meine friedliche Geburt im Wasser stillschweigend irgendwie also halt in mich gekehrt und ohne irgendwelche Laute werde ich da mein Kind auf die Welt bringen. Das war so meine Vorstellung. Und gleichzeitig aber immer mit dieser Offenheit, die du ja auch immer betonst, sei offen für was, was kommt, für das, was kommt. Und das war für mich auch, ich glaube, einfach wäre das nicht gewesen. Also hätte ich nicht mit deiner Methode mich vorbereitet, dann wäre ich, würde ich jetzt nicht so auf meinen Geburtsbericht zurückschauen. So friedvoll auch, ne? Ja. Ja, weil es kam alles anders als gedacht. Ja. Jetzt sind wir alle neugierig. Ja. Okay, ich kann dir einfach mal so ein bisschen erzählen. Ich weiß noch, dass ich morgens um fünf hatte ich meine ersten Wellen, so ganz leicht, aber ich wusste irgendwie sofort so, ah, okay, jetzt geht's los. Vier Tage vor ET war das. Und dann, okay, jetzt geht's los. Ganz kurz erzählen, du hast dann ja irgendwann dich entschieden, den Kurs zu machen. Wie viel Zeit hattest du dann noch? Weißt du noch ungefähr, wie viel? Ewig. Wom du zur Vorbereitung hattest? Ich habe ganz am Anfang den Kurs gebucht und das war so schön. Also ich bin so happy, dass ich schon so früh eigentlich den Kurs gebucht habe, weil ich habe dann halt bis zur 20. Woche diese Hypnose immer gehört vor der, oder bis zur 20. Woche. Schwangerschaftshypnose, genau. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das heute noch, diese Verbindung, die ich mit meinem Kind habe, die ist halt einfach von dort, also die ist da entstanden, so als der einfach echt noch mini klein in meinem Bauch war. Und ich weiß auch noch ganz genau, was ich da immer, ja, für Vorstellungen hatte während der Meditation, oder ist ja eine Meditation eher, oder bis zur 20. Woche, ja. Nee. Nee, das ist schon Hypnose auch. Das ist auch Hypnose. Das ist schon echt, das ist schon sehr tief, greift es einfach. Und ich bin da sehr dankbar, dass ich schon so früh irgendwie gestartet habe, weil ich halt, ja, sobald diese Verbindung irgendwie hatte zu meinem Baby. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja, aber da werde ich auch häufiger mal gefragt, naja, ab wann, ab wann sollte man denn dann, wo ich dann so denke, ach mach doch, wenn du jetzt schon schwanger bist, dann nutz doch, nutz. Ja, auf jeden, also wenn man halt irgendwie weiß, oder wenn man mit dem Gedanken spielt und sich das gut anfühlt, dann finde ich einfach echt machen, weil es ist, das gibt einem, also das ist so einmalig, dieser Moment und diese Wochen. Und ich finde, wenn man dann ja näher zur Geburt kommt, dann wird es halt auch irgendwie schon, ja, dann ist man halt nicht mehr so in diesem Frühschwangerschaftsfeeling irgendwie, ne, dann ist ja schon wirklich der Fokus mehr so auf Geburt und auf, ja, wie wird es und Aufregung und Ungeduld und was da so alles kommt. Und ich finde so die anfänglichen Wochen oder Monate, die Anfangsmonate, die sind einfach so, ja, da ist man halt einfach so in diesem Happy Feeling, ne, oder ich war da, ja, in diesem Happy Schwanger Feeling. Und dann hat es einfach total, das war einfach wunderschön, ja. Ja, und selbst wenn man, wenn man nicht in diesem Happy Feeling ist, ne, ich zum Beispiel war immer nicht so gerne schwanger, tut es halt gut, wenn man, wenn man sich diese Auszeiten nimmt und sich mit dem Kind verbindet und dadurch in, in auch so was Positives reinfinden kann. Auch wenn man es vielleicht schwierig oder schwerer hat, ne, in der, in der Schwangerschaft. Also in beiden, bei beiden Versionen ist es eigentlich toll, sich da noch, nochmal eine extra Portion Verbindung zu holen mit sich selbst und mit dem Baby, ja. Ja, das stimmt. Und es ist eben noch so ganz ohne Druck, ne, es ist noch ganz ohne den Fokus auf die Geburt, genau, wie du es gerade gesagt hast. Und dann, ähm, manchmal höre ich dann auch so, ja, und wenn es dann bei der Geburt aber nicht klappt, dann habe ich das ganze Geld umsonst ausgegeben und so, wo ich denke, ja, aber nein, das ist ja auch vor der Geburt, das ist so toll und auch danach im Wochenbett und so, ne, es gibt ja ganz, ganz viel auch drumherum. Ja. Und, ähm, ich finde, das ist ja auch so eine, so ein Empowern, dass man sich eben auch Hilfe holen kann unter der Geburt, auch das ist ja Teil des Kurses, ne, das ist ja auch nicht, ähm, hopp oder top, entweder klappt die Hypnose oder sie klappt halt nicht. Ja, ja, gar nicht. Also, das Eislenken oder so, und das braucht man gar nicht, weil das ist wirklich, ähm, ja, es ist, es hat eben dieses Natürliche, das alles so ein bisschen durch, durchwirkt, ja, und diese Verbindung, ja, die zieht dann eben auch alles nochmal stärker. Ja, ich finde auch einfach dieses Fachwissen, was man vermittelt bekommt in deinem Kurs, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass sich das jetzt ja auch nochmal verändert hat. Ich meine, das ist vier Jahre her, ja, aber ich finde, oder auch im Podcast hast du ja viel Fachwissen am Anfang, finde ich, vor allen Dingen auch in so den ersten Folgen. Ähm, und ich finde auch, das ist so hilfreich, wenn man einfach weiß, was passiert, wenn man weiß, was da überhaupt los ist, wie eine Geburt funktioniert und so, ähm, ja, das, das, ich möchte das nicht missen. Also, ich, ich bin nach wie vor immer wieder an dem Punkt, wo ich sage, so, ich bin einfach unendlich dankbar, dass ich das gemacht habe. Ja, ja, das ist so schön, ja, das ist, das ist einfach so toll, ja. Ja. Dann, dann erzähl doch gerne mal, ähm, du hast dich also lange Zeit vorbereitet, ähm, du hast schon viel Übungen gehabt, als es dann zur Geburt kam, und dann, ähm, genau, ging's los. Mhm. Ja. Das war mein erstes Kind, ne? Genau, mein erstes Kind. Ja, und ich war dann so zu Hause und dachte mir so, ach ja, jetzt mache ich es mir gemütlich, ich gehe jetzt ins Bett und lege mich noch ein bisschen hin, weil ich war ja auch der Überzeugung, so, das Kind kommt so rausgeflotscht irgendwie einfach. Und ich war schon so ein bisschen überrascht, wo so die erste Welle kam, dachte ich mir schon, ah, okay, das ist es, so, das ist jetzt die Welle, mit der du es zu tun hast, so, ne? Ja, also, ähm, das war schon so, weil man ja auch oft denkt, so, ja, hoffentlich merke ich es dann überhaupt, wenn es losgeht und so, so, ja, das war schon irgendwie so klar, das, das wird so sein und dann so, ah, okay, und jetzt gehe ich ins Bett und mache Hypnose drauf und so, das ging dann gar nicht, also, ich konnte gar nicht liegen und das hat sich auch voll lange durchgezogen, also, ich, ich hatte immer so das Gefühl, ich will geerdet sein, so, ich will am Boden stehen, ich war einfach sehr viel gestanden, so, in der Anfangszeit. Bin dann auch nochmal duschen gegangen und so, eigentlich, ja, ich habe es mir so ganz entspannt gemacht und habe auch gleich die Hypnose eigentlich aufs Ohr und ich habe auch einen Tag vorher, den Abend vorher, habe ich diese Hypnose zur Geburtsförderung. Genau, ja, und die war so intensiv an diesem Abend, dass ich sie gleich nochmal gemacht habe, ich habe sie zweimal gemacht hintereinander, weil es war irgendwie so, das war so ein krasses Gefühl, da dachte ich so, das mache ich jetzt nochmal und dann habe ich es nochmal gemacht und dann ging es echt früh los, ich weiß nicht, ob es irgendwie zusammenhängt oder nicht, aber, ja, das war echt schön und dann sind wir um elf ins Geburtshaus losgefahren und ich musste dann ja schon auch so eine Dreiviertelstunde fahren oder mich fahren lassen und war die ganze Zeit aber, ich hatte die ganze Zeit meine Kopfhörer auf dem Ohr, ich war total entspannt, also ich bin da dann auch reingewatschelt, die wussten auch alle, ich komme jetzt und sage wahrscheinlich nichts, was schon auch so ein komisches Gefühl war, weil man hat ja schon so ein bisschen diesen, ja, ich muss jetzt mal Hallo sagen oder so, wenn ich da irgendwo komme, aber ich konnte mich da echt ganz gut abgrenzen und so bei mir bleiben. Ja, und dann habe ich so ein paar Stunden im Geburtshaus verbracht, also habe da so meine Geburt irgendwie erlebt, also keine Ahnung, ich habe die Zeit vergessen, ich war in der Badewanne, ich bin wieder raus, ich, diese Eröffnungsphase, die lief so vor sich hin, also ich kann auch aus dem Geburtsbericht rauslesen, dass es auch gut vorwärts ging, so, ne, also der Muttermund hat sich geöffnet, ich habe dann auch irgendwann, wurde ich auch untersucht und dann hat sie mir auch gesagt, also ich wollte es dann auch wissen, ich war neugierig dann mit dem Muttermund, wie auch der ist. Ja, und bin dann quasi ziemlich weit gekommen, also ich habe dann, der Muttermund war vollständig geöffnet und ich hatte auch Presswellen, also ich war in der Endphase sozusagen und dann ging es nicht weiter. Also ich war insgesamt zwölf Stunden im Geburtshaus von elf bis elf, elf Uhr morgens bis elf Uhr abends und ich hatte die letzten vier Stunden eigentlich Presswellen und ich war da, also ich war da, aber ich weiß auch nicht, ich war da irgendwie so, ich war da, also ich war da so drin, dass ich auch immer wieder gesagt habe, also das steht hier auch so, dass ich immer auch gesagt habe so, ja komm raus und ich bin da und jetzt komm und du darfst rauskommen und so, also durchweg eigentlich war ich positiv, ich habe gar nicht irgendwie mit dem Gedanken mich befasst, dass wir jetzt, dass irgendwie da jetzt was nicht stimmt oder dass es jetzt nicht weitergeht oder so, ich dachte halt einfach, okay, das ist es halt, ich meine, es war auch meine erste Geburt, jede Geburt ist anders, so, ja, okay, wird schon irgendwie, ne. Und dann haben aber irgendwann meine Hebammen, das waren dann mittlerweile drei, also es war eine Azubine dabei und eine, die dann eben dazu kam, als eben die Endphase so losging und dann habe ich schon irgendwie mitbekommen, dass sie so ein bisschen sich besprochen haben und mich dann auch in verschiedene Positionen so begleitet haben, ich habe das einfach alles mitgemacht, so, ich habe mich da einfach, ich dachte mir so, ich verlasse mich 100 Prozent auf diese Frauen, weil die wissen, was sie tun und ich bin die ganze Zeit einfach bei mir geblieben, also, ich war wie so ein bisschen automatisiert, glaube ich, also, ja. Ja, und dann haben sie es irgendwann angekündigt, so, hey, wir probieren das jetzt noch eine Stunde, also wir machen jetzt noch eine Stunde und wenn dann das Baby noch nicht da ist, dann verlegen wir. Und auch das war für mich noch so, okay, okay, so, ja, und dann nach der Stunde war es dann, und dann hat sie so gesagt, okay, wir gehen jetzt ins Krankenhaus und das war für mich so ein Punkt, da war es dann irgendwie so Schnips und so, okay, jetzt gebe ich ab. Jetzt gebe ich ab und dann habe ich auch sofort gemerkt, so, oh, ich bin fertig, so, ich habe gar keine Kraft auch gerade, so, ich, das habe ich gar nicht realisiert vorher auch, aber ich war dann schon, also, also, das war wie so ein, okay, Klinik, okay, jetzt gebe ich ab. Für mich war irgendwie diese natürliche Geburt bis zu dem Punkt, für mich war das dann irgendwie klar, was jetzt irgendwie passiert, wobei das, glaube ich, auch nur mir klar war, weil auch so dann im Krankenhaus ging es dann ja noch weiter, also, wir sind dann auf jeden Fall, sie wurde dann angezogen und wir sind dann auch selber in die Klinik gefahren, also, die Hebamme war mit dabei und der Papa von dem Kind ist gefahren und dann bin ich in die Klinik gekommen und das war so, das war ein krasser Moment, weil da war dann so ein bisschen auf dem Gang zum Kreißsaal wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, also, ich war ja dann auch zwei Tage noch dort auf der Station, ich konnte mich gar nicht erinnern, dass ich da nachts irgendwo lang gelaufen bin oder so, also, das war wirklich, ich war da gar nicht richtig da und da weiß ich aber noch, dass sich dann die Hebammen, also, dass die Hebamme von der Klinik dann so meine Hebamme so angezickt hat, irgendwie so, seid ihr verrückt, was bringt ihr die jetzt erst halt irgendwie so und ich war ja daneben und ich dachte mir halt so, hä, ist doch alles okay. Ja, also, die wissen schon, also, ich weiß nicht, im Nachhinein denke ich mir auch immer so, ich bin so froh, dass ich so lange diese, diese, also, dass ich so lange eigentlich probieren durfte, weil ich bin, ich kenne mich ja auch, ich bin schon so ein ehrgeiziger Mensch und, und, ähm, hab auch so eine Willenskraft irgendwie und ich bin so dankbar für diese ganze Zeit im Geburtshaus, weil ich weiß, so, ich, ich, ich durfte mich so ausprobieren und ich hat, also, ich, ich, ich hab mein Bestes gegeben, so, ich hab alles gegeben da, so, ne, und ich, ich weiß nicht, wie das Gefühl halt gewesen wäre, hätten die früher abgebrochen oder so, ne, also, ich, für mich war das einfach alles total stimmig, ja, und dann kam. Ja, vielleicht auch nochmal, ähm, an dieser Stelle, weil ja viele auch Angst haben vor der außerklinischen Geburtshilfe, ne, ob das irgendwie gefährlich ist oder so, aber das sind wirklich sehr, sehr erfahrene Hebammen, die eben auch verlegen, wenn es eben, wenn sie merken, es geht hier nicht weiter und die würden das nicht, ähm, also, die würden nicht Mutter oder Kind in Gefahr bringen, also, die, der Kommentar der Hebamme aus der Klinik war, ähm, nicht gerechtfertigt, so, nehme ich an, vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, weil das ist, ähm, die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut, gerade die, die Außerklinischen haben wirklich viel Erfahrung, auch Sachen gut abschätzen zu können und einschätzen zu können. Ja, also, ich war voll, ich war total, ja, ich glaube einfach, vielleicht hat sie einfach irgendwie halt auch, ich meine, es war halt auch nachts so, keine Ahnung, vielleicht war sie auch, weil es, sie war halt einfach nicht gut drauf, so, es hat sich so ein bisschen durchgezogen, ähm, aber ich habe mich nicht eine Sekunde irgendwie unwohl gefühlt mit meinen Hebammen, gar nicht, also, mit denen aus dem Geburtshaus, das war top und auch im Krankenhaus, ich hatte, also, es war schon so ein bisschen der Moment, dass ich mir dachte, so, okay, die Prinzessin auf der Erbse kommt jetzt irgendwie an, ich hatte so drei Hebammen um mich und komme dann ins Krankenhaus und dann erst mal so, äh, hallo, ja, so, und dann war aber auch ganz süß, so eine Hebammenschülerin dann die ganze Zeit bei mir und hat mir das Händchen gehalten und, ähm, ich wurde dann halt irgendwie auf ein Bett gelegt und dann hieß es auch so, ja, dann wurde Ultraschall gemacht, also der Kopf hat sich nicht eingedreht in den Geburtskanal nicht richtig und kam deshalb anscheinend nicht durch und, ähm, dann war noch so eine Stunde, ja, dann habe ich, dann ging es, ja, dann ging es los, PDA und so weiter, also, es wurde dann alles aufgefahren, ich habe dann erst mal eine PDA bekommen und Wehenblogger, weil ich hatte ja schon die ganze Zeit halt Presswellen, ne, also ich war die ganze Zeit eigentlich, ich weiß auch nicht, ob das schon Wehensturm war, keine Ahnung, es war halt, ich hatte schon die ganze Zeit eigentlich einen Pressdrang, so, es hat auch gar nicht mehr aufgehört irgendwie, es war so Dauer- Press-Zustand-Gefühl ähm, und dann habe ich erst mal so einen Wehen Hammer, sagt man da, oder? Bekommen? Genau, und dann die PDA, ähm, was auch ein bisschen eine Grenzerfahrung war, würde ich so sagen, ähm, und da bin ich auch wieder froh, dass ich einfach mich mit dir oder deiner, ähm, Methode vorbereitet habe, weil auch da konnte ich so viel eigentlich rausnehmen, weil ich mich für mich eingesetzt habe. Also, ich habe dann auch irgendwann mal gesagt, so, ihr wartet jetzt, ne, weil es war dann irgendwie so, okay, wir müssen jetzt, ähm, hier PDA legen und jetzt setz dich mal hin und ich dann so halt den Flow vom Geburtshaus so, ja, Moment, es kommt gerade eine Welle gleich, und dann so, ja, nee, du musst jetzt mal mitmachen, und dann habe ich so gesagt, so, ihr wartet jetzt. So, und das hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut, hätte ich einfach, ähm, dieses Wissen nicht vorher aufgesaugt von dir ähm, und habe mich da einfach nicht beirren lassen, irgendwie, also, ja, und dann hat, dann wurde die PDA gelegt und dann war es für mich irgendwie so von meinem Gefühl war dann einfach, ach, ich dachte mir so, wie soll ich jetzt noch, wie soll ich jetzt noch mal in diese Kraft kommen, irgendwie ein Baby raus zu pressen oder zu schieben, weil ich glaube, ich war halt so in diesem kraftvollen Moment und dann durch die PDA wurde ja halt einfach alles so viel schwächer, ähm, das war für mich irgendwie in dem Moment dann unvorstellbar, wahrscheinlich auch, weil ich halt einfach auch schon geschwächt war und keine Ahnung, also es wurde dann noch so eine Stunde probiert, irgendwie mit Massage, das zu lockern, dass das Baby sich vielleicht doch noch eindreht oder vielleicht, ja, keine Ahnung, manchmal denke ich auch, vielleicht wurde auch irgendwie gewartet, bis der Kreißsaal frei war oder einfach dann, ähm, jemand Zeit hatte zu operieren, ich weiß es nicht, so, aber für mich war dann halt auch so der Moment, okay, okay, das wird jetzt, also für mich war das Abgeburtshaus eigentlich irgendwie klar, jetzt kommt's per Kaiserschnitt. Okay. Und wie war das für dich? Also für, du hattest schon so das Bauchgefühl, okay, ähm, das wird doch keine natürliche Geburt. Erstmal kann ich mir vorstellen, dass das ja ganz schön krass ist, wenn man eben so, so ganz von dem Natürlichen ausgeht. Du hast ja auch erzählt, dass du gar nicht davon ausgegangen bist, dass es zum Kaiserschnitt kommen könnte, zuvor. Und dann plötzlich war es für dich nicht klar, als es den anderen noch gar nicht klar war. Und dann musstest du aber ja noch total lang warten quasi, ne? Es wurde noch ganz viel probiert und ganz viel gemacht und getan und du wusstest eigentlich schon, es kommt sowieso zum Kaiserschnitt. Wie war das für dich? Es war okay. Also es war einfach irgendwie, ich glaube, in dem Moment war ich wirklich so, äh, alles darf sein jetzt. So, ich hab, ich hab alles gegeben, so in das Geburtshaus. Ich, ich sag auch so im Nachhinein immer, irgendwie von meinem Gefühl her kam mein Baby einfach im Geburtshaus zur Welt, obwohl es nicht rauskam, aber diese Zeit im Geburtshaus, die war für mich so schön, ne? Das ist für mich meine, meine Geburt irgendwie. so, also das ist... Ja. Ja. Ja, und dann, ich weiß auch nicht, und dann war das irgendwie so, okay, jetzt, wir fahren jetzt in die Klinik, dann ging bei mir so, okay, alles klar, jetzt kommt's per Kaiserschnitt, das ist okay. so, das ist halt jetzt der weitere Verlauf, das ist halt nach wie vor meine Geburt, so, ja. So wird's jetzt sein, und ich hab da auch keine... Ja, ja, weil du das auch immer so sagst, so, sei offen für das, was kommt, und, ähm, das war ich in dem Moment, also das war einfach okay, das war alles okay, ich lag dann auch, ich glaub, es hat noch vier Stunden im Krankenhaus gedauert, bis dann mein Baby da war, wir waren, glaub ich, um zwölf nachts irgendwann in der Klinik, und um vier ist er geboren, also das war irgendwie ja schon noch so ein ganz langer Zeitraum, aber ich war dann, glaub ich, auch echt so ein bisschen benebelt auch von den ganzen Medikamenten, also ich war dann irgendwie einfach, ja, es war einfach irgendwie okay, es war alles okay, auch dann, ähm, der Kaiserschnitt an sich war so, also ich wusste halt auch, was passiert jetzt da, weil auch damit hab ich mich schon über deinen Podcast auseinandergesetzt, wie funktioniert das überhaupt, was passiert da, ne, dass man halt vielleicht auch fixiert wird, ähm, dass dann plötzlich viele Leute im Raum sind und so, und, und, ähm, all das, ähm, war alles okay, ich wollte einfach nur dann so, mein Baby, so, ja, jetzt, ja, ja, und hast du, hast du, ähm, die Hypnosen da auch noch genutzt, also es gibt ja auch eine zur Vorbereitung auf einen ungeplanten Kaiserschnitt und auch eine während des Kaiserschnitts, hast du die nutzen können? Ich glaube nicht, ich, ich glaube nicht, dass ich da Hypnosen noch gehört hab, mhm, ich glaube, ich war in dem Moment nicht so in der Lage, mich drum zu kümmern, dass ich das jetzt wieder auf die Ohren krieg, ja, und der Papa von meinem Baby, der spricht auch, ähm, eine andere Sprache und konnte sich deswegen auch weniger jetzt irgendwie darum so kümmern, und ich denke mir manchmal im Nachhinein so, hey, eine Doula wäre in so einer Situation vielleicht nicht verkehrt gewesen, noch zusätzlich zu haben oder irgendwie noch eine Drittperson, so diese Kommunikation und so, ne, aber das weiß man vielleicht dann auch erst, wenn man die erste Geburt so, ähm, erlebt hat, ja, was man so, oder verändern könnte, ähm, ja, aber ich glaube auch dadurch, dass ich so viel Zeit mit, ähm, mit der friedlichen Geburt verbracht habe vorher, war ich irgendwie echt in diesem, ich war trotzdem in meiner Hypnose, also ich war einfach in mir gekehrt, also ich war einfach ruhig, ich war ganz ruhig. Das ist auch tatsächlich so, ne, also wenn man so viel damit übt und, und das trainiert, ähm, und der Körper will ja auch bei der Geburt in diesen Zustand gehen, und das ist ein unterstützender Zustand, das spürt der Körper auch und das Unbewusste auch, dann wird das einfach von alleine, ähm, hervorgerufen, ne, also man braucht am Ende, ähm, die Aufnahmen gar nicht, man kann auch selber einfach in diesem, man kennt den Zustand, du hast ihn ja zu dem Zeitpunkt schon so viele Stunden, schon gehabt und, und erfahren und erlebt und dann denke ich auch, bist du wahrscheinlich einfach automatisch wieder so rein und, äh, wie nach Hause kommen ein bisschen und wieder in die Ruhe finden. Ja, ja, ich dachte mir einfach, ich dachte mir einfach immer so, das Beste, was du machen kannst, ist, bleib bei dir. Ja. Ja, so, lass alle anderen machen, weil die machen jetzt da ihren Job, so, und bleib einfach bei dir. Ja. Und bei deinem Kind warst du auch bei deinem Baby. Genau. Ja, 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 ja. Du hast ja in der Ausrittsphase, also im Geburtshaus, ganz viel mit deinem Baby gesprochen und gesagt, du darfst jetzt kommen und so, ging das dann weiter? Ja, es ging so weiter, ja. Ja. Toll. Ja. Ja, Ja, das war echt, es war auch schön, also, ich erinnere mich auch voll gern an den Moment, wo, ähm, er mir dann irgendwie dort, präsentiert wurde, das war irgendwie auch schön, also ich meine, man hört jetzt ja auch viel, dass, ähm, auch Kaiserschnitt oder Bauchgeburtbabys jetzt schon auch anders auf die Welt kommen, dass die Mama, ähm, das entgegennehmen darf und, dass man auch zuschauen kann und so, das war bei mir jetzt alles nicht, nicht der Fall, aber, ähm, ja, ich habe trotzdem irgendwie auch schöne Erinnerungen, wie er dann irgendwie rauskam und wie er mir dann gezeigt wurde und wir wussten, also ich habe mir auch nicht sagen lassen, was es wird, weil ich, ich fand es irgendwie so schön und, ähm, dieser Moment, den konnte ich dann trotzdem, weil ich meine, das waren halt neun Monate, wo du denkst, okay, was, er kommt da raus und das war trotzdem ein wunderschöner Moment einfach dann das Baby zu sehen und gleichzeitig natürlich, ähm, ja, anders, ne, weil ich, dadurch, dass man da so fixiert oder dass ich so fixiert war, konnte ich ihn natürlich auch nicht halten und so und ich weiß, dann wurde ich auch ungeduldig. Also als das Baby dann da war, ist es dann mit dem Papa mitgegangen und, ähm, das fand ich richtig unschön. Also, ähm, da war ich dann auch so, da weiß ich auch noch, wie ich dann auch gesagt habe, so, ja, wie lange braucht ihr jetzt noch sowas macht ihr? Ja, und es hat dann ja schon noch mal so eine halbe Stunde, glaube ich, gedauert, bis dann halt alles, ähm, ja, wieder zu ist und so. Das ist auch wirklich eine krasse OP, ne, das darf man auch nicht, vergessen. Ja. Ich habe ja ein paar Bauchgeburten auch mir anschauen dürfen und das ist halt schon, also die haben das schon wirklich zu tun. Ja. Es geht halt so schnell, das zu öffnen, ne, und das Baby jetzt zu holen, das ist tatsächlich schnell und danach, ja, müssen mehrere Schichten sozusagen dann wieder vernäht werden. Ja, wenn ich aufstehe, so rein, bitte nicht. Ja, wie lange braucht ihr jetzt noch? Und so, ja, warum, was macht ihr? Ja, mach doch, ein bisschen gröber zusammennähen, müssen Rauch rein, nicht für mein Kind. Also das war danach, dann war ich schon so ein bisschen so, hä, wo bin ich jetzt? Warum habe ich jetzt, wieso liege ich jetzt hier, wieso habe ich jetzt links und rechts irgendwelche Pulsmesser an meinem Arm, während ich mein Baby das erste Mal auf dem Arm habe? da ging so ein bisschen dieser Widerstand, glaube ich, los von, okay, wow, ich bin jetzt irgendwo gelandet, wo ich eigentlich nicht hin wollte, so, ne, ja, und dann auch aufs Zimmer und zu anderen Frauen und so, ich meine, meine Vorstellung war, mit dem Baby dann nach Hause zu kommen, einfach nach der Geburt und das war ja definitiv nicht möglich, mit dem Kaiserschnitt nach Hause zu gehen. Ja, ähm, ich, also, und ich glaube, dann ging auch so ein bisschen eine schwierige Zeit los oder, ähm, ja, dass ich das dann nicht so akzeptiert habe, dass ich halt eine OP jetzt hatte, ja, also dieser Geburtsverlauf war total okay und ich habe dann auch sogar nachher nochmal, ähm, über meine Geburt gesprochen, professionell, also mit einer Hebamme auch, die auch Ausbildungen hat zur, ähm, Therapeutin und es war auch voll schön und wertvoll und wichtig, das einfach alles nochmal so durchzugehen und schon auch diese Trauer irgendwie zuzulassen, dass es eben nicht so kam, wie man sich das vorgestellt hat. also, man darf darüber auch traurig sein und man darf das auch betrauern, so, ne, ja. Natürlich. Ja, und, ja, aber das war dann schwierig für mich zu akzeptieren, irgendwie dieses danach dann, dieses okay, du bist jetzt im Krankenhaus mit drei anderen Frauen im Zimmer oder mit zwei, du wolltest eigentlich deine Ruhe im Wochenbett, so, und dann war ich halt auch operiert und ich habe mich dann aber, also nach zwei Tagen auch dann selbst entlassen, weil ich wollte einfach unbedingt heim und dann, ja, dann lief so einiges, glaube ich, einfach nicht mehr so gut weiter, ne, also ich hatte dann schon zu tun im, im Wochenbett und so, weil ich glaube ich einfach ja diese, ähm, ich habe meinem Körper, glaube ich, einfach die Ruhe nicht gegeben, die er verdient hätte, ja, und da war vielleicht dann schon auch so ein bisschen dieser, ja, vielleicht war das schon so ein unterschwelliger Widerstand, so, ja, okay, du hast jetzt zwar einen Kaiserschnitt gehabt, aber, so, du kannst trotzdem jetzt irgendwie so tun, als hättest du keinen gehabt und war dann einfach zu viel gemacht, ne, also ich glaube, das ist ja, und auch wenn man einen hat, ne, auch genau, auch nach einer natürlichen Geburt, ist es auch wichtig zu liegen, ne, das Wochenbett ist sehr, sehr wichtig, also sich da wirklich zu spielen, egal bei welcher Geburtsform. Ja, also das hat mir sehr, sehr viel, ähm, hat mich sehr viel gelehrt, weil ich habe tatsächlich das Wochenbett, ich wusste das schon auch, ich habe das auch ja durch dich viel erfahren, Wochenbett ist wichtig und so weiter, eine Woche im, eine Woche am, eine, oder eine Woche um und so, ähm, ums Bett, gibt es ja diesen Spruch, genau, und für die, die Sie es gerade nicht kennen, ne, genau, also eine Woche im Bett und, ja, eine Woche auf dem Bett, glaube ich, im Bett, am Bett, ums Bett, genau, ums Bett herum. Irgendwie so, genau, ja, und das habe ich gar nicht befolgt und war dann auch, also dann hatte ich auch, war ich noch zweimal danach im Krankenhaus mit Brustentzündung, einmal nach drei Wochen, einmal nach fünf Wochen, wo dann auch richtig, ähm, mit, mit Fieber ganz hoch und so und, ähm, ja, also da hatte ich dann eigentlich eher so eine Phase, die mich stärker geprägt hat im Sinne von, ja, traumatisierend würde ich jetzt nicht nennen, aber einfach sehr intensiv, dass ich mich jetzt einfach damit auseinandersetzen durfte, so die letzte Zeit, dass ich das so ein bisschen gut verarbeiten kann, als jetzt die Geburt an sich, ja, also auch da, das ist auch echt, also zu all meinen Freunden, die jetzt irgendwie Babys bekommen, ich, ich predige das echt so, hey, das Wochenbett ist einfach super wichtig, ja. Ich glaube alle, ja, ja, weil man denkt, man spart dadurch Zeit, weil man wieder früher auf den Beinen ist, so man macht es irgendwie kürzer und, äh, da ist es gerade ein total wertvolles Beispiel von dir, zu sehen, du machst es halt komplizierter, du machst es länger sogar so schlimm, dass es vielleicht ins Krankenhaus geht, also es ist wirklich eine, diese, diese Schonzeit, wir kennen das leider nicht so, ne, dass, dass man sagt, leg dich hin, ruhe dich aus und, und schone dich, also viele von uns haben ja so diesen inneren Antreiber, ne, und immer muss irgendwas geschafft werden und gemacht oder schneller gemacht werden und manche Prozesse im Leben brauchen einfach Zeit und Ruhe und Pflege und das ist einfach das Wochenbett, ne, man kann nicht einfach, also egal nach welcher Geburtsform, kann man nicht einfach aufspringen und, ähm, und so tun, als wäre man noch schwanger oder als wäre man eben jetzt nicht mehr schwanger und jetzt ist man wieder ganz normal, sondern der Körper braucht einfach Zeit, um das alles zu verarbeiten, ähm, die Seele braucht Zeit und das alles, das ganze System braucht Zeit, um das zu verarbeiten. Man hat nie in seinem Leben so einen großen Switch wie nach einer, durch eine Geburt, weil man ist vorher hochschwanger, also höchstschwanger sozusagen und von einem Moment auf den anderen ist man nicht mehr schwanger und hat unglaublich viel Gewicht verloren, ein ganzes Lebewesen zu versorgen, nicht verloren, aber es wird umgestellt auf die Brust, also es sind unglaubliche Prozesse im Gang und dafür braucht der Körper dringend Ruhe, also alle, die gerade zuhören und sich auf die Geburt vorbereiten, ähm, ja, hoffe ich, dass ihr das wirklich ernst nehmen könnt, und da wirklich eine Zeit einplant, wo ihr euch schonen könnt und gut versorgt werdet. Ja, ja, ich glaube, also es ist wirklich ja auch voll, also es ist einfach ein riesen Lernfeld, sich erst mal zu erlauben, dass man, dass jetzt meine Zeit ist, ja, in der ich mich umsorgen lassen darf, so, ja, ich glaube, das ist so, die ganze Zeit parallel, das Baby, ja, ja, also, das ist, glaube ich, echt so ein Gedankenprozess und dann auch zu gucken, habe ich dieses Netz oder dieses Dorf, sagt man ja auch, wenn es um Kinder geht oft, so habe ich dieses Dorf, das sich um mich kümmert, wenn ich im Wochenbett bin, vorher schon, was einfach auch sehr wichtig ist und ich glaube, da ist manchmal auch so eine Schwierigkeit, weil wir das ja jetzt auch erst wieder so lernen, dass diese Zeit so wichtig ist und dass wir uns die nehmen dürfen und vielleicht auch wirklich müssen, weil das ja schon von der Geschichte früher, was uns auch so mitgegeben wird und so jetzt, die haben früher auf dem Feld ihre Kinder und dann haben sie gleich weiter geschafft und so, das hört man ja, finde ich, oder zumindest ich habe das oft, glaube ich, gehört und auch die Generation jetzt vor mir und so, da ist es dann irgendwie alles so, ja, kam vielleicht auch noch nicht so an, so auch da, glaube ich, ist es voll gut, man spricht da vorher schon drüber, so hey, das ist so und so und so und das ist mega wichtig und ich wünsche mir da Unterstützung, so, ne, ja. Ja, total, aber es, also die Generation vor uns, da war es so, also zumindest meine, bei meiner Mutter war es so, ich glaube so 70er, 80er Jahre, ich weiß aber nicht genau, wie der Zeitraum so war, dass man immer in der Klinik war, also man hat immer sein Kind in der Klinik bekommen und war dann da immer eine Woche, also es gab gar nicht diese ambulante Geburt, wo man dann sofort wieder nach Hause ist und zu Hause gepflegt wurde, sondern man war dann eine Woche in der Klinik und einem wurde noch nicht mal das Kind gegeben, nur zum Stillen, damit man sich ausruht, also dieses, das war ja auch pervertiert, ne, also das und völlig falsch, weil natürlich ist das für das Baby ganz schrecklich und für die Mutter auch, wenn das Bonding nicht richtig stattfinden kann und das Baby immer weggenommen wird, also das ist ja ganz furchtbar, aber die Idee dahinter war, dass die Frauen dieses Schonen so sehr brauchen, also dass der Körper sich erholen soll, also das heißt, es ist von einem Extrem, nämlich wir ignorieren die Geburt komplett und tun so, als könnten wir gleich weitermachen, hin ins andere Extrem, wir können der Frau noch nicht mal das Kind zumuten sozusagen, wir nehmen es ihr ganz weg, damit sie sich erholen und schlafen kann und so weiter die Woche und jetzt pendelt es sich hoffentlich irgendwie mehr und mehr so in der Mitte ein, so in was Gesundem, nämlich natürlich ist das Kind bei der Mutter oder ja so, also nicht nur, auch gerne bei dem Vater oder der zweiten Mutter, also dass man, je nachdem, wie eben die Familie ist und gleichzeitig schont sich die Frau körperlich so sehr, wie es irgendwie möglich ist, bleibt wirklich liegen und bleibt auf sich. Ja, das ist einfach so wichtig. Total. Ja. Ja. Aus deiner, ja, nee, sag du gerne. Du hattest noch einen Gedanken. Das war's. Also ich hatte dann ja auch, ich glaube, sechs Wochen nach der Geburt im Geburtshaus so dieses Nachgespräch machen die dann auch immer. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber dort war das so und das war auch total schön nochmal, auch, dass ich den Geburtsbericht mitbekommen habe dann in dem Moment, weil das dann schon, wenn ich das nachlese oder mich auch an das Gespräch erinnere, dann mit meiner Hebamme, dann ist es so ein bisschen ein Beweis, dass ich wirklich entspannt war, ja, und dass ich wirklich bei mir war und dass ich mir das nicht irgendwie nach, im Nachhinein so eingebildet habe, um es mir jetzt schön zu reden oder so, sondern ich lese diesen Bericht oder auch meine Hebamme, die hat damals auch gesagt so, das war dein erstes Kind, aber das war so krass, du warst einfach so im Vertrauen und du warst so ruhig trotz all dem, weil das hat ja schon, also ich meine, zwölf Stunden da im Geburtshaus zu sein und also auch der Muttermund hat sich wirklich langsam geöffnet und so, das war eine lange Zeit und dann auch so lang diese Presswellen und so, aber du warst so bei dir und das irgendwie nochmal gehört zu haben und auch immer wieder nachzulesen, also ich lese das auch echt oft, ich habe mir dann auch den Geburtsbericht von der Klinik angefordert, weil ich da schon so ein bisschen im Nachhinein meine Fragen hatte, so, was habe ich eigentlich für Medikamente bekommen, wie viel davon eigentlich, so, weil man musste ja in dem Moment dann auch so ich weiß auch nicht, das fand ich schon irgendwie komisch, weil du bist so im höchsten Punkt deines Geburtsprozesses und plötzlich kommen dann mit einem Klemmbrett und so, ja, wir brauchen jetzt übrigens ein paar Unterschriften, weil, das habe ich gar nicht dazu auch gesagt, meine Klinik, die ich mir ausgesucht habe für den Fall, dass ich verlegt werde, die war voll und ich bin dann in die andere Klinik, in die ich eigentlich nicht wollte. Ach, das noch, ja, Wahnsinn und auch das hast du gut überstanden und bliebst irgendwie ruhig und vertraut. Ja, 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 also auch, ich weiß noch, da kam dann die Hebamme rein und sagt, Krankenhaus XY ist voll, wir gehen jetzt da hin und es war dann für mich auch so, okay, okay, dann halt so. und es war schon, also ich habe mir das Krankenhaus eigentlich schon bewusst ausgesucht, weil sie dort eben zum Beispiel, meine Schwester hat dort auch eine Bauchgeburt erlebt und ihr wurde ihr Baby dann quasi gleich auf den Bauch gelegt, also so oben an die Brust, während sie noch weiter versorgt wurde dann nach der Geburt und da sind schon so ein paar Punkte einfach gewesen in dem Krankenhaus, die ich, ja, mir halt gewünscht hätte. Ja, aber was willst du halt auch machen in dem Moment, also was bringt es dir irgendwie, also was hätte es mir gebracht dann zu sagen so, was, nein, oh Gott, ja, also das. In dem Moment, in dem Moment kann man wahrscheinlich nichts machen, ich glaube, was halt total wichtig ist, aber das ist sowieso ein Wunsch, jetzt nicht, jetzt nicht auf dich bezogen alleine, sondern auf uns als Frauengemeinschaft, dass wir halt hinterher, hinterher uns einsetzen, für die Frauen, die nach uns kommen und die Geburten, die nach uns stattfinden, dass man wirklich sagt, das geht so nicht, ja, das war ein gesundes Kind, ich war eigentlich gesund, das hat sich nur nicht richtig eingestellt, warum gibt es da keinen, es gibt eigentlich so Bondingbänder sozusagen, die um den Körper gemacht werden, sodass das Baby halt nicht von der Frau selbst gehalten werden muss, sondern wirklich dann in diesem Band an der Brust sein kann, während die Frau genäht wird und dass man dann eben sagt, okay, das habe ich erfahren, also in deinem Fall wäre es eben, das war jetzt meine Erfahrung, ich möchte für andere Frauen, die nach mir kommen, mich dafür einsetzen, dass sich das in dieser Klinik verändert und da gibt es die Möglichkeit, auch das Gespräch zu suchen oder auch anstrengend zu werden, also das ist halt, die Geburt selbst ist nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt, genau wie du sagst, um sowas zu kämpfen, manchmal ist es auch der richtige Zeitpunkt, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber in dem Moment war das genau, ja, war glaube ich deine Einstellung auch richtig zu sagen, ja, es ist jetzt eben so, ja, und das ist jetzt Teil dieser Geburtserfahrung und dann eben im Nachhinein zu sagen, so, jetzt gehe ich aber nochmal oder ich gehe auch auf die Straße, wenn Demo ist, ja, um für mehr Personal zu demonstrieren, ich hatte jetzt gerade gestern ein Interview mit einer Frau, die ein Buch schreibt über die Situation in Deutschland, die Geburtssituation und den Personalmangel und so weiter und dass man eben sagt, hey, um die Geburt herum ist kein guter Zeitpunkt für sowas zu kämpfen, wir haben nicht genug Kapazität, ja, wir sind wirklich mit der Geburt beschäftigt, zu Recht und im Wochenbett mit dem Kind und mit unserem Körper, es ist einfach keine Kapazität da, um sich so einzusetzen für sich selbst in der Weise, wie man es vielleicht gerne machen würde und dann zu sagen, ich gehe aber oder wir gehen alle zusammen für uns alle auf die Straße und wir tun was, ne? Ja, stimmt. Da an dieser Stelle jetzt eben ja viele zuhören, nochmal meine totale Empfehlung, sich bei Motherhood e.V. zu melden, da vielleicht Mitglied zu werden, das ist ein ganz toller Verein, der sich eben einsetzt für Frauenrechte, auch gerade rund um die Geburt und ja, einfach, wenn da irgendwie mal irgendwas organisiert wird, an Demonstrationen, Unterschriften gesammelt werden oder was auch immer, dass man eben laut wird. Wir sind so leise, und wir sind deswegen so leise, weil diese Zeit rund um die Geburt so fragil ist und wir wirklich unsere Kraft für uns brauchen und für dieses Kind. Wir haben keine Kraft, uns gegen politische Entscheidungen zu wehren oder mit einer Klinik zu kämpfen, die vielleicht ein merkwürdiges Prozedere bei einem Kaiserschnitt hat oder so. Also da haben wir die Kapazität nicht so dafür, sondern zu schauen, jetzt habe ich sie aber eigentlich, jetzt sind meine Gedanken zwar schon wieder ganz woanders, weil ich in meinem Leben schon weitergegangen bin und so, aber vielleicht können wir uns das vornehmen, alle zusammen, dass wir, wenn wir halt noch nicht höchst schwanger sind, sondern vielleicht so in der Mitte der Schwangerschaft, da kann man sich ja auch gut einsetzen und dann eben wieder, wenn das Baby eben so aus dem Gröbsten, sage ich mal, raus ist, dass man dann auch sagt, wir setzen uns ein füreinander. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Also ich fand auch es richtig krass, überhaupt erst mal an den Geburtsbericht zu kommen. Also das war auch so ein, ich habe das so oft angerufen und E-Mails geschickt, dass ich diesen Geburtsbericht irgendwie bekomme und ich will da gar niemanden irgendwie auch verurteilen oder so, weil ich mir dann auch immer denke, ja, die haben auch anderes zu tun, als irgendwie Geburtsberichte wieder rauszusuchen, die vielleicht auch schon ein, zwei Jahre alt sind oder so. Ich meine, da sind wir ja wieder bei der Unterbesetzung und so. Aber, ja, ja, das stimmt schon, aber das ist ja, das sind, glaube ich, schon andere. Ich glaube nicht, dass die Hebammen selber die Geburtsberichte raussuchen. Da bin ich jetzt überfragt, das weiß ich gerade nicht. Aber es ist schon so, du hast ein Anrecht darauf, deinen Geburtsbericht anzufordern und wenn man eine Geburt hatte, die herausfordernd war und das war sie ja, auch wenn du gut damit zurechtgekommen bist, war es eine herausfordernde Geburt. Es ist wirklich dein gutes Recht und für deinen Prozess halt wichtig, den auch zu haben. Ja, 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 ich habe ihn mittlerweile auch. Ich verstehe zwar nicht so viel, was jetzt drinsteht, aber es ist irgendwie trotzdem gut, das jetzt so komplett auch zu haben. Es war schon auch irgendwie vorher immer so, okay, Geburtshaus, da weiß ich genau, was passiert ist, weil es wird ja auch einfach alles aufgeschrieben. Das fand ich auch echt irgendwie erstaunlich, aber auch irgendwie richtig cool. Ute beißt in Banane oder so und das irgendwie einfach immer wieder so zu lesen, das ist irgendwie einfach echt cool. Ja, und mir hat immer so diese Verbindung halt dann auch zu der Klinik auch gefehlt, wo dann ja doch letztendlich einfach mein Kind geboren wurde. Ja, und das konnte ich schon so ein bisschen nachholen, aber das ist echt voll gut, was du sagst, dass man wirklich im Nachhinein sich, also jetzt kann ich mir das auch echt vorstellen, da nochmal anzudocken und auch zu sagen, auch mit dieser Zimmerthematik, also auch mit diesen vielen Menschen da zusammen dann in einem Zimmer, wenn du einfach frisch geborene Mama irgendwie bist und da mit dir und deinem Baby beschäftigt bist und da dann irgendwie zu dritt, zu viert auf dem Zimmer liegst, das fand ich schon auch ja doch auch irgendwie grenzwertig. Ja, also ich mich unwohl gefühlt, vielleicht auch, weil ich halt in meiner Vorstellung immer zu Hause in meinem Bett lag, danach dann, ja. Ja, ja. Ute, ich danke dir sehr, dass du über deine Geburt gesprochen hast. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest. Du hast ja jetzt viele, die dir gerade zuhören. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du loswerden wollen würdest für Schwangere. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich, egal wie die Geburt jetzt gelaufen ist, ich immer dieses Gefühl habe, so, boah, ich würde so gerne nochmal gebären, ich würde so gerne nochmal diese Wellen spüren und ich würde so gerne irgendwie nochmal diesen ganzen, diese Geburtsvorbereitung, ja, also die friedliche Geburt, mich da nochmal so einzulassen, nochmal so einzutauchen und so. Also ich würde das wirklich gerne nochmal erleben. Also ich habe da einfach durchweg schöne Erinnerungen dran und kraftvolle Erinnerungen dran einfach. Das gibt so viel Power, wenn man einfach, glaube ich, das Mindset einfach darauf auch vorbereitet und sich, ja, mental damit auseinandersetzt. Das ist mega wichtig. Und, ja, das möchte ich mitgeben. Also das ist auch wirklich, ich spreche nach wie vor auch ganz oft über die Wichtigkeit der mentalen Geburtsvorbereitung. Und, ja, das kann ich auf jeden Fall jedem, jeder Frau ans Herz legen. Ja. Ja, ich glaube, ich habe das auch schon öfter mal gesagt, dass das so mein größter Wunsch eigentlich ist, wenn ich irgendwann mal ja, alt bin und vielleicht auch nicht mehr arbeite oder so, dass ich so zurückblicke auf mein Leben und denke, ah, schön, jetzt haben wir das, dass man eigentlich nur noch fragt, und wo machst du deinen mentalen Geburtsvorbereitungskurs? Also, dass es irgendwie halt diese zwei Kurse gibt, den Hebammen-geleiteten Geburtsvorbereitungskurs und dann fragt man, bei welcher Hebamme bist du und wo machst du denn deine mentale Vorbereitung? und ja, dass man da einfach sich was aussuchen kann, was zu einem passt, wo es viele tolle Angebote gibt, wie man sich eben mental gut vorbereiten kann und dass es ganz normal ist und dazugehört und eben alle auch sehen und erkennen können, dass das so wichtig ist und die Geburtskultur und die Geburtserfahrung der Frauen einfach maßgeblich beeinflusst. Ja. Ja, und man kommt ja auch durch, wenn man sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel durch mentale Geburtsvorbereitung, dann betritt man ja auch irgendwie so ein Feld, das sich dann öffnet, das dann ja viel weitere Kreise auch noch zieht, ja, weil durch diese mentale Vorbereitung bekommt man einfach einen anderen Bezug zu einer Schwangerschaft, man bekommt einen anderen Bezug zu Geburten und dann geht es ja weiter, dann bekommt man plötzlich auch den anderen Bezug zu einem neugeborenen Baby, zu Kindern, zu Kleinkindern, also das ist, das ist so ein Feld, das man betritt und dann öffnet sich einfach ganz viel mehr noch so und das, ja und bevor ich mein Kind auf diese Weise geboren habe, meine Tochter, mein drittes Kind, habe ich ja schon 13 Jahre diese Technik verwendet für ganz andere Themen. Also bei mir war ja das, dass ich dachte, ah ja, ich kann das ja auch für die Geburt machen. Ja, das ist echt Wahnsinn. Aber ich hatte schon 13 Jahre Erfahrung und ich hatte 1000 Gebiete, wo ich das angewendet habe, also es kann sich sogar noch weiter öffnen und das ganze Leben halt beeinflussen. dass man halt nicht so gelebt wird oder, sondern dass man das Leben ganz aktiv gestaltet und lebt nochmal anders, ne? Ja und, also ich finde, ich meine, ich kenne jetzt deine Arbeit ja auch einfach sehr gut, würde ich sagen und was ich halt einfach total wichtig finde und so schön finde, dass das alles, da bist du ja auch immer so dahinter, dass das alles auch wissenschaftlich hinterlegt ist und dass das auch alles irgendwie ja nicht so abdriftet, ne? Weil man, wenn man sich so anfängt mit Meditation und so zu beschäftigen, kann man ja auch leider schnell irgendwo landen, wo es halt nicht mehr so gesund ist zum Beispiel, ne? Aber ich finde, durch, durch deinen Kurs und durch die Art und Weise, wie du auch Dinge vermittelst und auch immer mit diesem fachlichen Hintergrundwissen, das du auch weitergibst, so aus dem und dem Grund ist es dann so und so und so und passiert das und das und das, da kommt man auf so eine gesunde Spur in so eine Meditation zum Beispiel, also in die Form von ich kann mit Meditation oder mit Hypnose wirklich viel erreichen in meinem Alltag und mich gut regulieren und gut durch Situationen kommen, ne? Und das ist so ein gesunder Weg, finde ich. Mal, und das jetzt mal nochmal so gesehen auf das Leben außerhalb Geburt jetzt, ne? wenn man das dann eben weiterlebt. Ja. Ja. Also danke für deine Arbeit. Ich danke dir für so. Aber ich danke dir auf jeden Fall sehr und bin ganz, ganz froh, dass ich dich begleiten durfte und dass du auch jetzt von der Geburt erzählt hast, nochmal so ein bisschen ausführlicher. Das war auch einfach total schön, jetzt mit dir darüber sprechen zu. Ja, sehr gerne. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja. Bis bald. Mach's gut, Ute. Tschüss. Ja, das war's schon mit dem Interview mit Ute und ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da oder aktivier auch die Glocke, abonnier meinen Kanal, wenn du rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett informiert bleiben möchtest und du kannst uns natürlich auch gerne hier in den Kommentaren was schreiben. Wir können miteinander sprechen, auch auf Instagram wird es einen Post geben zur jetzigen Folge und ich freue mich natürlich sehr, wenn ich dich ein bisschen an die Hand nehmen darf. Wenn du Lust hast, mal in meinen Kurs reinzuschnuppern, von dem Ute ja jetzt ganz viel auch erzählt hat, findest du einen kostenlosen Schnupperzugang. Wir werden dir den Link natürlich auch hier unten in die Infobox stellen und da kannst du das erste Modul von dem Kurs dir einfach kostenlos anschauen und einmal gucken, ob du vielleicht auch mit mir noch ein bisschen weitergehen möchtest und ein bisschen mehr noch begleitet werden möchtest in deiner Geburtsvorbereitung. Ich würde mich sehr darüber freuen, schicke dir ganz liebe Grüße und bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017